Guten Morgen, Leibach und der Schafruder, im Namen Jesu, komme ich nur dir, und ich danke dir für den Wut. Und ich bedanke mich an diesem Tag, dass ich den Heiligen jetzt bei uns vor dem Bekommen und bei uns rede. Dass wir den Wut verstehen und dass wir Änderungen unternehmen an diesem Wort im Namen Jesu. Amen. Vielleicht wundert sich so manche, dass ich so sehr insistiere da in dem Thema. Aber ich glaube, dass es ein sehr aktuelle Thema. Und ich glaube, das Wort Gottes wird von diesem Tag aufgewiesen. Die Wort Gottes wird von diesem Tag ignoriert von vielen, die genannte Christen sind. Die Weile, das nicht hier ist, als das da steht. Und ich glaube, mir, dass das Wort in unserem Wort nenluten, das Wort in unserem Wort nenluten. Und uns konfrontieren, und uns prüfen. Gleich mag ich ein Prophet da. Aber wenn wir Gottes Wut auflehnen, dann lehnen wir Gott auf. Bezeichen jener Zeit gab es noch einen anderen Propheten, der wie Jeremia am Auftrag des Herrn weiß, sagte, Uriah, der Sohn, Schemach, ausgeriet, Scherim. Auch er kündigte Jerusalem und dem ganzen Land unheil an. Also, die Beide Profeite Säde Gott wird den Strufe wann ich nicht am Kieren und dort wolle sie nicht hören. Dort wird wolle sie nicht hören. Das Kreuz ist, wenn wir sagen, das Wort hier in der Bibel steht, dort ist nicht ganz, ist dort gemeint. Und wenn das steht, ich bleibe dort nicht, ich bleibe dort ein bisschen anders, wenn es dort passt, nicht mit meinen Sünder, wenn ich dort ein bisschen anders an, dann denke ich mir da trachten, drei mit da trachten, dort ist das Wut Gottes auflehne. Und dort passiert von der Reicht Fehl. Es heißt, als König Joachim seinen Heeresführer und die führenden Männer davon hörten, wollten sie ihn töten lassen. Uriah erfuhr es und floh voller Angst nach Ägypten. Doch Joachim schickte Il-Nathan den Sohn Ascheors mit einigen Männern dorthin. Sie nahmen Uriah gefangen und brachten ihn zu Joachim zurück. Der ließ ihn mit dem Schwert hinrichten und seine Leiche auf dem armen Friedhof verscharren. Als er dort wurde, nehm ihn nicht an, dort wurde, weiß er auf. Also so go we fuck an. We go fuck an mit that wood. Wir nehmen that wood nicht an, was Gott uns geeft hat. Aber wie können die Bibel verschniden, wie können die Bibel ignorieren, aber dem Gott, was uns die Bibel geeft hat. They blift leben. Und das was hier passiert. Sie können den Profit out machen, aber nicht dem Gott wurde im Profit gescheit oder gerecht für ihn war bläsch schäme. Jetzt Jeremia aber kam mit dem Leben davon. Er wurde nicht vom Volk ausgeliefert, das ihn umgebracht hätte. Denn Abjagam, der Sohn Schafhans, setzte sich für ihn ein. Und Gott uns werdlich und rest wird geben, dass wir sein wird annehmen und bereit sein zu sagen zu ändern was wir ändern machen. Er hat die verdient wird und hat bet sie. Ich weiss dass so die mensch sich in wird trage reden und damit hat sie eine leisung. So die zünde verzicht sie interpretieren das ist das recht ist was falsches. Er hat das gekriegt das was Israel immer war hat heute. Du wirst dir denn das wenn du wirst schäumen und die war hat über ihr in das Leben sind. Herr ich bete all was reich schaffend zu leben im Numen Jesu. Amen. Gott seh.